Unseren Teamspeak und ich kann euch die IP ja da lassen. Ja ja, lasst mir da drauf. Also dann. Ist ihr jetzt schon da drauf oder war das schon? Ja, Channel schon. Ah, nix. Dann kann er gleich anfangen zu snipen. Los, ja, let's los, da liegt er richtig. Ey, der hat die richtige Einstellung. Nein, hat ihn noch nicht gegeben. Hab ihn noch nicht. Ey, nö. Ey, Matrix. Doch, Drohne. Oh, wie der klar, wenn wir so Scheiß-Maps. Matrix noch da? So eine Scheiß-Map wie Slums, ne? Bin ich auf einmal gut und dann kommt einer meiner Lieblings-Maps und ich bin schlechter. Ja, bei mir auch. Einfach so eine House-Map, so After-Map. Auf einmal rechst du nuclear. Dann spielst du, ähm, Raid oder so deine Lieblings-Maps. Aber kack's auch nochmal. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber ich glaube, das ist so einfach, weil du dich auf deiner Lieblings-Maps sicherer fühlst, aber nachher stiebst du im Endeffekt mehr. Sicherer? Ja. Ja. Ein Spiel, ein Monster-Spiel 5-1. Was? Ich hab 6-1. Was redest du da? Ich zieh mich nicht in den Dreck. 5-1. 6-2. Was hab ich noch drohen? Noi! Ich wollt dich gar nicht abschließen. Tom, was ist denn los mit dir? Was denn los mit dir? Ich hab hier wieder so'n Scheiß-Ninebiker. Ich hab' beide weckerholen. Wir haben ne Drohne, Alter, wir haben die ne Drohne bekommen. Warum müssen wir jetzt hier spawnen? Weg da! Da kommt sie sich spawnen drüben. hinter mir er kommt einfach mal hinter mir so richtig mal das bleibt nicht wenn du aus war der wixer blockiert wieder die ganze zeit und ich kann nicht weg guck dir das an guck da ist einer fehlt mal Leute dann krieg ich läuft bei uns ja ich hab Drohne läuft er bei uns wegschlag bitte komm mach Punkteflächer bitte geht doch das so muss an Lightning Strike aussehen kurz vor Orbital Atomkicks fehlt einfach mal zwei Leute mit C4 warum ich auch immer hätte ich C4 nein ich glaub der Rekord war auf vier Leute Jungs pass mal bitte auf ich hab wirklich keine Lust zu sterben ich hab keine Chance gegen den MSMC ja 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 a ja sie ja 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 wirst du 13 vor dem